Hallo und herzlich willkommen zum Kurs ZPO1. In dieser Lektion geht es um die Wiederklage. Die Wiederklage ist eine selbstständige Klage, die vom Beklagten im selben Verfahren gegen den Kläger erhoben wird. Es liegt also Parteiidentität vor. Wenn die Klage zusätzlich gegen einen Dritten erhoben wird, spricht man von einer Drittwiederklage. Wenn die Klage ausschließlich gegen einen Dritten erhoben wird, liegt eine isolierte Drittwiederklage vor. Diese schauen wir uns später noch genauer an. Dadurch, dass die Wiederklage, wie der Name schon sagt, eine Klage ist, gilt die Präklusionsvorschrift des § 296 ZPO nicht, da es sich bei der Wiederklage um einen Angriff und nicht um ein Angriffsmittel handelt. Die Wiederklage kann deshalb bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung erhoben werden. Im Fall des § 261 Absatz 2 ZPO ist das auch mündlich möglich. Voraussetzungen der Wiederklage Die Wiederklage weist im Vergleich zur normalen Klage einige Besonderheiten auf. Eine Besonderheit haben wir schon kennengelernt. Es muss Parteiidentität vorliegen. Eine weitere zusätzliche Voraussetzung ist, dass eine Hauptforderung rechtshängig sein muss. Unbeachtlich ist es aber, wenn die ursprüngliche Klage später wegfällt, da ansonsten der ursprüngliche Kläger die Unzulässigkeit der Klage herbeiführen könnte. Das ist der entscheidende Vorteil gegenüber einer Prozessaufrechnung. Denn bei der Wiederklage kommt es immer zu einer Entscheidung. Bei einer Prozessaufrechnung dagegen nur, wenn die Klage zulässig und begründet ist. Um die größtmögliche Sicherheit zu erreichen, wird in der Praxis deshalb zunächst Klageabweisung beantragt, hilfsweise die Aufrechnung erklärt und hilfshilfsweise Wiederklage erhoben. Weitere Vorteile der Wiederklage sind die Prozessökonomie, die Existenz eines zusätzlichen besonderen Gerichtsstand und der Umstand, dass die Wiederklage kostengünstiger als eine separate Klage ist und gemäß § 12 Absatz 2 Nummer 1 GKG kein Gerichtskostenvorschuss erforderlich ist. Die Wiederklage muss außerdem in derselben Prozessart wie die Klage erhoben werden. Gemäß § 595 Absatz 1 ZPO ist die Wiederklage im Urkunden- und Wechselprozess nicht statthaft. Diese Norm umfasst allerdings nur die Wiederklage im Urkundenprozess. Deswegen ist nach Ansicht des BGH eine Wiederklage im Urkundenprozess gegen eine im ordentlichen Verfahren erhobene Klage zulässig. Ob die Konnexität eine besondere Zulässigkeitsvoraussetzung darstellt, ist umstritten. Die Zuständigkeit Bei der sachlichen Zuständigkeit gilt gemäß § 5 Absatz 2 ZPO, dass die Gegenstandswerte von Klage und Wiederklage nicht addiert werden. Diese Norm ist nach herrschender Meinung so zu verstehen, dass der höhere der beiden Streitwerte maßgeblich ist. Problematisch ist der Fall, wenn für die Wiederklage ein anderes Gericht sachlich zuständig ist. Bei einer ausschließlichen Zuständigkeit kommt es zur Trennung nach § 145 ZPO. In den übrigen Fällen gilt folgendes. Wenn für die Klage das Amtsgericht und für die Wiederklage das Landgericht zuständig ist, hat sich das Amtsgericht auf Antrag für unzuständig zu erklären und in Rechtsstreit zu verweisen, sodass sowohl die Klage als auch die Wiederklage vor dem Landgericht verhandelt werden. Das ergibt sich aus § 506 ZPO. Im umgedrehten Fall, wenn also das Landgericht für die Klage und das Amtsgericht für die Wiederklage zuständig ist, gilt § 506 ZPO nicht. Nach herrschender Meinung folgt aus dem Umkehrschluss, dass das Landgericht in diesem Fall auch für die Wiederklage zuständig ist. Bei der Wiederklage gilt außerdem ein besonderer Gerichtsstand, was bereits aus der Überschrift des § 33 ZPO ersichtlich wird. Voraussetzung ist, dass Klage und Wiederklage in Zusammenhang zueinander stehen. Das wird als Konnexität bezeichnet. Sie liegt insbesondere vor, wenn die Forderungen auf ein einheitliches Rechtsverhältnis zurückzuführen sind oder auf einem einheitlichen Lebensverhältnis beruhen. Gemäß § 33 Absatz 2 ZPO gilt dieser besondere Gerichtsstand nicht, wenn für eine Klage wegen des Gegenanspruchs die Vereinbarung der Zuständigkeit des Gerichts nach § 40 Absatz 2 unzulässig ist. Problem. Die Konnexität als besondere Voraussetzung. Umstritten ist, ob dem § 33 ZPO über seine Funktion als Gerichtsstand hinaus eine weitere Funktion zukommt. Die Literatur verneint dies aufgrund der Systematik. Die Wiederklage ist im Titel 2, Gerichtsstände, aufgeführt. Es ist kein Grund ersichtlich, warum dem § 33 ZPO im Gegensatz zu den anderen Gerichtsständen eine weitere Bedeutung zukommen sollte. Wenn die Voraussetzungen des § 33 ZPO nicht vorliegen, kann die Klage trotzdem aufgrund einer anderen örtlichen Zuständigkeit zulässig sein. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Klage gemäß § 145 Absatz 2 ZPO zu trennen und wird bei einem entsprechenden Antrag gemäß § 281 ZPO verwiesen. Der BGH vertritt dagegen den Standpunkt, dass die Konnexität des § 33 ZPO eine besondere Prozessvoraussetzung darstellt. Somit ist die Klage immer unzulässig, wenn kein Zusammenhang zwischen Klage und Wiederklage besteht. Argument hierfür ist der Sinn und Zweck der Wiederklage. Die Wiederklage dient der Prozessökonomie, wenn dieselben Parteien streiten und die Ansprüche im Zusammenhang stehen. Wenn aber kein Zusammenhang vorliegt, würde die Prozessökonomie nicht greifen, sodass die Privilegien der Wiederklage in diesem Fall nicht gelten sollen. Gemäß § 295 Absatz 1 ZPO kann das Fehlende Konnexität aber durch rügellose Einlassung geheilt werden. Die Drittwiederklage Wie bereits gesagt, ist es auch möglich, dass die Wiederklage gegen einen Dritten erhoben wird. Hintergrund ist, dass die Zersplitterung von Prozessen vermieden und zusammengehörige Ansprüche einheitlich verhandelt und entschieden werden sollen. Bei der parteierweiternden Wiederklage ist zu beachten, dass § 33 ZPO nicht anwendbar ist, dass sich dieser nur auf Wiederklagen gegen den Kläger bezieht. Das ergibt sich aus der Definition der Wiederklage. Zur Wiederholung. Eine Wiederklage liegt vor, wenn der Beklagte gegen den Kläger im selben Verfahren eine selbstständige Klage erhebt. Allerdings ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, dass das im Rechtszug nächsthöhere Gericht gemäß § 36 Absatz 1 Nummer 3 ZPO die Zuständigkeit bei einer Drittwiederklage bestimmt. Genauso wie bei der Wiederklage sind auch bei der Drittwiederklage die einzelnen Voraussetzungen umstritten. Der BGH fordert, dass neben der Rechtshängigkeit der Klage derselben Prozessart, Parteiidentität und Konnexität die Voraussetzungen der nachträglichen Parteierweiterung, also der § 263 und 267 ZPO, vorliegen. Das ergibt sich aus der Klageänderungstheorie, auf die ich im Video zur Klageänderung genauer eingehe. Dadurch, dass nun mehrere Personen verklagt werden, sind außerdem die Voraussetzungen der Streitgenossenschaft gemäß den § 59 und 60 ZPO zu prüfen. Dadurch, dass die Literatur die Parteierweiterung als Klage sui generis ansieht, ist neben den Voraussetzungen, die für die normale Wiederklage gelten, nur zu prüfen, ob die Voraussetzungen der Streitgenossenschaft vorliegen. Die isolierte Trittwiederklage Eine isolierte Trittwiederklage, bei der die Wiederklage ausschließlich gegen einen Dritten erhoben wird, ist grundsätzlich nicht möglich. Kläger und Wiederkläger stehen in diesem Fall nicht in demselben Prozessverhältnis bzw. haben nicht dieselben Parteirollen. Außerdem setzt der BGH bei einer Trittwiederklage voraus, dass diese vom Beklagten erhoben worden sein muss und sich grundsätzlich auch gegen den Kläger richtet. Das ist bei der isolierten Trittwiederklage gerade nicht der Fall. Allerdings ist die isolierte Trittwiederklage nach der Rechtsprechung ausnahmsweise zulässig, wenn die Voraussetzungen der Klageänderung erfüllt sind, die Gegenstände der Klage und der Trittwiederklage tatsächlich und rechtlich eng miteinander verknüpft sind und schutzwürdige Interessen des Trittwiederbeklagten nicht verletzt werden. Das ist bei der Zession der Fall, weil der Zedent ursprünglich Selbstkläger oder Beklagter hätte sein können. Diesem Umstand soll er sich durch die Abtretung nicht entziehen können. Die Verknüpfung von Klage und Wiederklage liegt vor, wenn gegen den Sessionar hilfsweise eine Forderung gelten gemacht wurde und diese sich mit der Forderung der Trittwiederklage deckt. Außerdem ist eine isolierte Trittwiederklage gegen den Zedenten möglich, wenn die Forderungen aus einem einheitlichen Schadensereignis resultieren. Zuletzt ist es auch möglich, dass eine isolierte Trittwiederklage mit dem Antrag gestellt wird, dass dem Zedenten keine Ansprüche zustehen. Grund für diese Ausnahmen ist wieder die Prozessökonomie, nach der zusammengehörige Ansprüche gemeinsam verhandelt werden sollen. In den Fällen der isolierten Trittwiederklage ist § 33 ZPO im Gegensatz zur Partei erweiternden Trittwiederklage meist analog anwendbar. Grund hierfür ist, dass § 36 Absatz 1 Nummer 3 ZPO meist nicht erfüllt ist, da keine Streitgenossenschaft vorliegt. Diese Norm soll auch nicht analog anwendbar sein, weil dadurch der Geltungsbereich des § 36 ZPO, der eine Ausnahme zu den § 12 folgenden ZPO darstellt, überdehnt wird. Der Beklagte, in diesem Fall der Trittwiederbeklagte, ist grundsätzlich an seinem Wohnsitz zu verklagen. Deshalb muss § 33 ZPO in diesem Fall analog anwendbar sein, da die isolierte Trittwiederklage ansonsten weitgehend leer liefe. Die Analogie ist wieder dadurch gerechtfertigt, dass eine Zession vorliegt und der Zedent den Status Quo selbst herbeigeführt hat. Zusammenfassung Die Wiederklage ist eine selbstständige Klage, die vom Beklagten im selben Verfahren gegen den Kläger erhoben wird. Bei der parteierweiternden Trittwiederklage wird die Wiederklage zusätzlich gegen einen Dritten erhoben. Bei der isolierten Trittwiederklage richtet sie sich ausschließlich gegen einen Dritten. Da die Wiederklage ein eigener Angriff und nicht nur ein Angriffsmittel ist, gilt die Präklusion des § 296 ZPO nicht. Außerdem kann die Wiederklage im Fall des § 261 Absatz 2 ZPO auch mündlich erhoben werden. Bei der sachlichen Zuständigkeit ist § 5 Absatz 2 ZPO zu beachten. Demzufolge werden die Gegenstandswerte von Klage und Wiederklage nicht addiert. Gegebenenfalls ist § 506 ZPO zu beachten. Für die örtliche Zuständigkeit ist § 33 ZPO relevant, in dem ein besonderer Gerichtsstand für die Wiederklage normiert wird. Diese Norm ist aber nur einschlägig, wenn Konnexität vorliegt. Umstritten ist, ob die Konnexität darüber hinaus eine besondere Zulässigkeitsvoraussetzung ist. Die Rechtsprechung bejaht dies mit dem Argument, dass Sinn und Zweck der Wiederklage die Prozessökonomie ist. Dieser Zweck wird bei einer fehlenden Konnexität nicht gewährleistet. Eine fehlende Konnexität kann aber gemäß § 295 Absatz 1 ZPO durch rügellose Einlassung geheilt werden. Nach der Literatur bezieht sich § 33 ZPO aufgrund seiner Systematik nur auf die örtliche Zuständigkeit. Somit ist die Konnexität nach dieser Ansicht keine zusätzliche Prozessvoraussetzung bei der Wiederklage. Einigkeit besteht aber darüber, dass die Rechtshängigkeit der Klage eine besondere Prozessvoraussetzung darstellt. Außerdem muss die Wiederklage in derselben Prozessart wie die Klage erhoben werden. In diesem Zusammenhang ist § 595 Absatz 1 ZPO zu beachten. Zuletzt ist Parteiidentität erforderlich. Bei der parteierweiternden Trittwiederklage sind darüber hinaus die Voraussetzungen der Streitgenossenschaft zu prüfen. Nach der Rechtsprechung ist zusätzlich erforderlich, dass die Voraussetzungen der nachträglichen Parteierweiterung nach den § 263 und 267 ZPO analog vorliegen. Wichtig ist, dass § 33 ZPO in diesem Fall nicht anwendbar ist. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aber häufig durch eine gerechtliche Bestimmung gemäß § 36 Absatz 1 Nr. 3 ZPO. Eine isolierte Trittwiederklage ist grundsätzlich unzulässig. Im Fall der Zession wird die isolierte Trittwiederklage ausnahmsweise für zulässig erachtet, weil der Zedent durch die Abtretung zu der Situation geführt hat, dass der Rechtsstreit nicht zwischen ihm und dem Wiederkläger stattfindet. Aufgrund der Nachteile für den Trittwiederbeklagten ist neben den Voraussetzungen der Trittwiederklage eine enge Verknüpfung zwischen Klage und Wiederklage erforderlich. Außerdem dürfen keine schutzwürdigen Interessen des Trittwiederbeklagten verletzt werden. Damit die isolierte Trittwiederklage nicht weitestgehend leer läuft, ist § 33 ZPO in diesen Fällen analog anwendbar. Das war die Lektion Wiederklage. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.